Jürgen Klopp hat es schon gemacht, Christian Lindner auch und Influencer wie Trimax oder Inscope21 lächeln sogar fröhlich in Werbespots von türkischen Ärzten, die Haartransplantationen anbieten. Immer mehr Deutsche machen es ihnen nach und fliegen ins Ausland, um weniger Kohle für mehr Haare zu zahlen. Und ich frage mich, ist das nicht gefährlich? Und worauf muss ich achten, wenn die Locke doch mal zur Lichtung wird? Ich bin Maximilian Sepp und das ist Shortcut. Meine Kollegin Anna-Sophie Schneider hat einen jungen Mann aus Deutschland in die Türkei begleitet, der sich die Haare hat transplantieren lassen und hat mit Medizinern über die Risiken der OPs gesprochen. Sophie, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Sophie, du hast Christoph Wagner, einen jungen Mann aus Aschaffenburg, in die Türkei begleitet, der sich da die Haare transplantieren hat lassen. Wie fing seine Geschichte denn an? Also Christoph habe ich kennengelernt, der war ja 29 und er hat mir erzählt, dass er schon seit fast zehn Jahren unter Haarausfall leidet. Das heißt, es hat bei ihm sehr früh angefangen. Mit 20 hat er bemerkt, dass vorne an der Stirn immer weniger Haare werden und er hat wahnsinnig darunter gelitten. Er fühlte sich eingeschränkt, er fühlte sich unwohl und hat dann entsprechend auch seinen Alltag so ein bisschen angepasst. Also die Frisur, so dass der Pony lang in die Stirn reinreicht und die Geheimratsecken verdeckt. Er hat die Frisur jahrelang nicht geändert, weil es der beste Haarschnitt war, um den vermeintlichen Makel auch zu verdecken und eine riesige Auswahl an Käppis besessen. Und wenn er das Haus verlassen hat, dann hat er kontrolliert. Schlüssel, Handy, Basecap und dann ist er losgegangen. Also eine große Einschränkung für ihn über sehr viele Jahre. Bevor wir uns gleich die Geschichte von Christoph nochmal ganz anhören und wie seine Transplantation verlaufen ist, lass uns nochmal kurz einen Blick drauf schauen, warum uns Menschen eigentlich überhaupt die Haare ausfallen. 70 bis 100 Kopfhaare verliert jeder von uns am Tag. Das ist völlig normal. Während es mehr, sprechen Mediziner von Alopezi, Haarausfall. Der häufigste Grund, die Gene. Bei erblich bedingtem Haarausfall sind in der Haarwurzel übermäßig viele Andockstellen für bestimmte Hormone vorhanden. Die Haare reagieren deshalb besonders sensibel auf diese Hormone und lassen die Haarwurzel schrumpfen. So werden die Haare dünner und fallen schneller aus. Bei Männern kommen diese Hormone häufiger vor. Etwa 40% aller Männer sind im Laufe ihres Lebens von Haarausfall betroffen. Auch Krankheiten wie Diabetes können zum Verlust der Haare führen. Bei Frauen sind hormonelle Veränderungen meistens in den Wechseljahren die Ursache. Durch Stress können auch mal mehr Haare als gewohnt ausfallen. In diesem Fall können sie aber einfach wieder nachwachsen. Es gibt viele freiverkäufliche Wundermittel, die dichteres Haar versprechen. Große Studien, die belegen, dass diese Öle, Vitamine oder Pulver wirken, die gibt es allerdings noch nicht. Einige Arzneimittel können die Glatzenbildung im Idealfall aufhalten. Doch die wirken nicht bei jedem und haben teils starke Nebenwirkungen. Setzt man sie ab, dann fallen die Haare wieder aus. Sophie, wann war denn bei Christoph der Punkt, wo er gesagt hat, mir reicht es jetzt, ich lasse mich operieren? Also er hat da schon eine Weile drüber nachgedacht. Und war dann relativ entschlossen, spätestens Anfang des Jahres, dass er jetzt sich um einen Termin bemühen möchte. Und dass er endlich wieder ohne Basecap rausgehen möchte. Also jetzt mit 29 hat er sich entschieden, den Eingriff vornehmen zu lassen. Du hast Christoph also mit in die Klinik begleitet. Wie lief das ab, seine Reise zu den neuen Haaren? Der ganze Eingriff, das Ganze von vorne bis hinten dauert drei Tage. Am ersten Tag ist er im Flughafen angekommen und wurde dann von einem Fahrer abgeholt und direkt in die Klinik gebracht. Da gab es schon mal erste kleine Untersuchungen. Blut wurde abgenommen zum Beispiel. Und dann hat man ihn aber relativ schnell mit seiner Freundin zusammen, die ihn begleitet hat, ins Hotel gebracht, damit er sich ausruhen kann und ankommen konnte. Und am nächsten Tag war dann der große Operationstag mit allen wichtigen Voruntersuchungen. Das heißt, man hat zum Beispiel untersucht, wie seine Durchblutung ist. Man hat sich die Haarwurzeln, die Haare in Vergrößerungen angeschaut und dann auch festgestellt, dass er eine Hautkrankheit hat, die das Ergebnis beeinflussen konnte. Also das heißt, man hat ihm gesagt, Herr Wagner, Sie haben diese Hautkrankheit. Das kann sein, dass die Haarwuchs-Anwuchsrate, so nennt man das, dadurch negativ beeinflusst wird. Dass die OP also nicht so richtig bei ihm ansteckt? Genau, dass der Erfolg gemindert wird. Und dann hat man ihm ein bisschen Bedenkzeit gegeben und gesagt, Sie können jetzt diese Operation machen mit vielleicht schlechterem Ergebnis. Oder Sie fliegen zurück nach Hause, lassen die Hautkrankheit behandeln und kommen zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Er hat die OP aber dann gemacht. Wie läuft denn diese OP ab? Also was passiert da genau? Also vor der OP wird nochmal so ein Haarwuchsplan erstellt. Da wird die Haarlinie eingezeichnet an der Stirn. Das heißt, damit die Leute im Operationsraum auch wissen, wo sie die neuen Haare ansetzen oder wohin die verpflanzt werden sollen. Dann wird der Patient rasiert am Kopf und dann geht es in den OP. Es gibt keine Vollnarkose, sondern so eine örtliche Betäubung. Die Spritzen sollen sehr schmerzhaft sein. Deswegen hat Christoph sich zum Beispiel entschieden, sich für die Spritzen in so einen Dämmerschlaf versetzen zu lassen, damit er das nicht mitbekommt. Und wenn der Patient dann betäubt ist, werden erstmal in ganz mühsamer Kleinarbeit all die kleinen Grafts, also diese Gewebeteilchen aus dem Hinterkopf, rausgenommen und aufgereiht. Dafür gibt es so ein Spezialgerät. Und dann im zweiten Schritt werden die vorne wieder eingesetzt. Das ist ein bisschen blutiger, als man sich das vorstellt. Christoph hatte keine Schmerzen, aber er hatte Hunger. Durch die Spritze wahrscheinlich. Durch die Spritze. Aber er hatte Hunger, weil er nämlich die ganze Zeit nichts essen konnte, da er sich für diesen Dämmerschlaf entschieden hat. Und durfte dann zwischen der Entnahme der Grafts und vor dem Wiedereinpflanzen, durfte er dann endlich was essen. Und dann ging es ihm auch ein bisschen besser. Wie lange hat die ganze OP eigentlich gedauert und was hat er für das Ganze bezahlt? Das dauert so zwischen sechs und acht Stunden. Wow. Also es ist wahnsinnig lang und anstrengend und zwischendurch dann auch immer mal wieder vorher Wartezeiten. Und bezahlt hat er insgesamt so um die dreieinhalbtausend Euro. Man hat vorher so einen Plan erstellt anhand von Fotos, die er geschickt hat. Und den musste man dann nochmal ein bisschen nach oben korrigieren, weil sich da kahle Stellen gezeigt haben, die auf den Fotos nicht erkennbar waren. Die dreieinhalbtausend Euro waren aber inklusive Hotel und dieses ganze Komplettpaket, ne? Genau. Also den Flug müssen die Patienten selber buchen. Aber das Hotel ist inbegriffen, dieser Fahrservice ist inbegriffen und auch so ein erstes Pflegekit für die Nachsorge. Sophie, lass uns mal von Christophs Einzelfall so ein bisschen eine Stufe zurücktreten und dieses ganze Phänomen Haartransplantation gerade in der Türkei nochmal genauer angucken. Die türkische Vereinigung für Medizintourismus hat, glaube ich, gesagt, dass ungefähr eine Million Menschen aus dem Ausland in die Türkei kommen, um dort sich die Haare transplantieren zu lassen. Warum ist gerade die Türkei zu so einem Hotspot für diese Art von OPs geworden? Das hat nicht nur einen Grund, das hat mehrere Gründe. Also einmal ist die medizinische Ausbildung in der Türkei sehr gut und dann fand dort eine Spezialisierung statt. Es gibt einen politischen Willen dahinter, die Türkei zu so einem Medizintourismuszentrum zu machen. Das heißt, spätestens seit 2015 gab es auch so Initiativen von der Regierung, um diesen Bereich zu fördern. Wie sieht das aus? Mit Steuererleichterungen zum Beispiel, mit Subventionen. Dann ist das Land einfach ein gutes Ziel, weil die Personalkosten sehr viel günstiger sind und die Mehrwertsteuer wegfällt für viele Patienten. Das heißt, die Kliniken dort können sehr viel günstigere Preise anbieten als zum Beispiel deutsche Konkurrenten. Und dort in der Türkei hat sich ja auch so eine ganze Branche um diese Transplantationen, um den Medizintourismus gebildet. Kannst du uns so ein bisschen zeigen, wie sieht das aus? Der Medizintourismus ist ein sehr erfolgreiches Modell. Daran wollen dann auch andere Leute verdienen. Und so hat sich so eine Art Reisebüro-Branche entwickelt, die spezialisiert ist auf Leute, die in der Türkei Haartransplantationen vornehmen lassen wollen. Aber auch zum Beispiel Zahn-OPs, Augenlasern, andere chirurgische Eingriffe. Und diese Agenturen machen sich so ein bisschen zunutze, dass Patienten im Ausland ein bisschen unwissend sind und Hilfe bei der Vermittlung wollen. Und funktionieren wie ein Reisebüro. Du kriegst das Hotel, du kriegst den Flug und dann kriegst du eben noch den Eingriff vermittelt, die Klinik, die neue Nase. Die Internationale Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie sagt, dass die meisten Menschen, die diese medizintouristischen Angebote nutzen, Deutsche sind oder zumindest aus dem deutschsprachigen Ausland kommen. Warum sind das gerade wir? Sind wir da besonders eitel? Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Erstmal ist es wahrscheinlich auch eine Geldfrage in Deutschland. Verdienen die Leute vermutlich immer noch genug, um solche Reisen und Eingriffe zu machen. Aber es fahren auch sehr viele Briten zum Beispiel hin. Das ist die zweitgrößte Gruppe an Leuten, die in der Türkei Schönheitsoperationen vornehmen lassen. Und dann gibt es natürlich zwischen Deutschland und der Türkei sehr viele Verbindungen. Also familiäre Verbindungen, freundschaftliche Verbindungen. Deswegen liegt es als Ziel nahe und es ist so ein Markt, der so gewachsen ist. Das heißt durch Mundpropaganda auch ganz viel. Du hast einen Freund in der Fußballmannschaft, der war in der Türkei und hat plötzlich wieder volles Haar. Und dann erzählt er dir das. Und über die vergangenen zehn Jahre ist es auch so ein bisschen Lawinenartig zu so einem Markt geworden. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, euch die Haare transplantieren zu lassen? Oder habt ihr es vielleicht schon selber gemacht? Schreibt uns das mal bei Spotify oder YouTube in die Kommentare. Sophie, jetzt sind diese OPs natürlich auch nicht ohne Risiken. Und wenn man für ganz billig Geld sich operieren lässt, dann würde ich davon ausgehen, dass es schon nochmal gefährlicher ist, als wenn man da ein bisschen mehr investiert. Also wie gefährlich sind diese OPs erstmal generell? Jede Operation ist mit einem Risiko verbunden. Das kommt natürlich darauf an, was man für einen Eingriff machen lässt. Also so eine Haartransplantation ist eine eher risikoarme OP. Das heißt, es wird nicht genäht zum Beispiel. Es müssen keine Fäden irgendwann gezogen werden. Es gibt keine Vollnarkose. Aber nichtsdestotrotz kann es immer zu Komplikationen führen. Und deshalb sollte man sich das gut überlegen. Und vorher auch so ein paar Sachen abklären und nicht auf das erste Angebot reinfallen. Du hast ja auch mit Ärzten in Deutschland über dieses Thema gesprochen. Was halten die denn davon, dass deutsche Patientinnen ins Ausland dafür gehen, um diese OPs zu machen? Bei Haartransplantationen haben die türkischen Ärzte und Ärztinnen oder auch das Personal, das das macht, eine sehr große Routine. Und Sachen, die man viel macht, macht man auch gut. Aber wenn es dann um Sachen geht wie eine Bauchstraffung oder so, wo der Patient unter Vollnarkose gelegt wird, dann ist das Risiko sehr viel größer. Und jede Operation, die außerhalb des eigenen Umkreises stattfindet, wo man noch mal ins Flugzeug steigen muss danach, ist risikoreicher. Ja, genau. Vielen Dank. Und die Ärzte, mit denen ich hier gesprochen habe, die raten schon eher dazu, im eigenen Umfeld, in der Umgebung sich behandeln zu lassen und nicht dafür tausende Kilometer zu fliegen. Wenn ich mich jetzt doch mal irgendwann dafür entscheiden sollte, ich will mir auch die Haare transplantieren lassen, hast du da so ein paar Tipps für mich, worauf ich da achten muss? Auf keinen Fall das ganz billigste Angebot annehmen. Immer vergleichen. Und wenn ein Angebot sehr günstig ist, dann ist das kein gutes Zeichen. Es ist auch kein gutes Zeichen, wenn du innerhalb von wenigen Tagen kommen kannst, weil sofort ein Termin frei ist, weil gute Kliniken doch längere Wartezeiten haben. Also mit mehreren Wochen sollte man da schon rechnen. Es ist auch kein gutes Zeichen, wenn du diesen ganzen Betrag im Bargeld bezahlen sollst. Ja, das ist immer nicht so besonders seriös. Genau. Und ansonsten würde ich mich an die Klinik direkt wenden und nicht über so eine Vermittleragentur gehen, sondern die großen Kliniken haben alle auch ihre eigenen Reiseabteilungen und organisieren im Prinzip alles außer den Flug dann. Und ansonsten immer sich erkundigen, wer der Arzt ist, der einen operiert oder die Ärztin. Vielleicht auch den Lebenslauf anfordern. Und Schönheitschirurg ist kein geschützter Begriff. Also auch darauf achten, was die Facharztbezeichnung ist. Was sollte sie sein? Ja. Der Facharzttitel sollte dann schon sowas sein wie ästhetischer oder plastischer Chirurg. Du hast den Christoph vor einem guten halben Jahr in die Türkei begleitet, als er sich die Haare hat transplantieren lassen. Hast du seitdem nochmal was von ihm gehört? Ist er zufrieden damit? Ich habe mehrmals mit ihm gesprochen. Ich habe zwei Wochen nach der OP mit ihm gesprochen, als er so einen ersten Eindruck davon bekommen hat. Und da war er schon sehr zufrieden. Die ganze Angst, dass durch diese Hautkrankheit vielleicht das Ergebnis nicht so gut wird, hatte sich gelegt. Und jetzt habe ich kürzlich nochmal mit ihm gesprochen. Also so einige Monate nach dem Eingriff. Und jetzt hat er das erstmal einen Friseurtermin ausgemacht, weil die Haare so lang sind, dass er jetzt endlich eine neue Frisur schneiden lassen kann. Und er ist total zufrieden und hat es nicht bereut. Das freut uns doch. Sophie, ich halte nochmal ein paar Punkte fest, die mir heute besonders im Gedächtnis geblieben sind. Haarausfall betrifft knapp jeden zweiten Mann in Deutschland. Und wenn es auf der Platte lichter wird, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sich damit anfreunden oder was dagegen tun. Weil eine Haartransplantation in Deutschland aber ganz schön teuer ist, lassen sich ziemlich viele Deutsche im Ausland operieren. Die Türkei ist zum Hotspot für Medizintouristen geworden, weil sich Ärzte dort auf Schönheits-OPs spezialisiert haben. Durch Steuererleichterungen für die Branche und geringere Löhne kann man sich dafür relativ wenig Geld die Hairline korrigieren lassen. Aber Vorsicht, es gibt ein paar echt sketchige Agenturen und Anbieter, die superschnelle OPs zu Billigpreisen verticken wollen. Dann doch lieber ein paar Euro mehr in die Frise investieren oder einfach zur Glatze stehen. Wie hat euch Shortcut gefallen? Schreibt uns das mal in der Umfrage, die wir in der Beschreibung verlinken. Sophie, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Vielen Dank euch fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Dabeisein und bis zum nächsten Mal.